Die Rallye-Weltmeisterschaft hat VW mit dem Polo bereits gewonnen. Jetzt soll ein weiteres Kapitel des Erfolges in den USA geschrieben werden. Der 560 PS Beetle soll der Konkurrenz zeigen, wo der Hammer hängt. Über den Dächern von New York hat das neue Allradauto seinen ersten Rollout gehabt. Gebaut worden ist er für die in den USA sehr populäre Global Rallycross-Serie. Einer der Fahrer wird Scott Speed sein, dessen Name wirklich Programm ist. Er fuhr in der Vergangenheit, sogar in der Formel 1. Hier sind wir in meinem neuen 7-Up Andretti VW Beetle, den wir in diesem Jahr in der Global Rallycross-Meisterschaft einsetzen. Wir hoffen, dass wir damit an den Erfolg von VW in Europa anknüpfen können, hier im Global Rallycross in den Staaten. Die spektakuläre Rallycross-Serie ist in den USA ein echter Kassenschlager. Die Zahl der Zuschauer wächst stetig, egal ob live an der Rennstrecke oder daheim vor dem Fernseher. Einige Hersteller haben das Marketingpotenzial der Serie gerade bei jungen Autofahrern bereits erkannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017